Das war's für heute. Du weißt, wer dein wahrer Gansfeind ist, Vaga. Gansfeind ist es. FIREFLY ist auf freiem Fuß. Wo Rauch ist, da ist auch er. Das war's für heute. Es ist noch nicht zu spät, beizutreten. Der Pinguin surft immer nach neuen Rekruten. Die Bezahlung soll auch nicht schlecht sein. Wir werden für diese Nacht nicht mal bezahlt. Ich warte immer noch auf diesen Diagnosebericht. Der Kommandant hat sich vor kurzem gemeldet. Die Drachen sind aktiv und online. Birdman kommt hier. Wer ist tot, dann ist der Tod. Die Stromversorgung zur Feuerlöschanlage. Das ist vorbei, Firefly. Niemals. Gotham wird brennen und du mit ihm. Niemals brennt so hewig. Dich! Wacht ihm aus! Du kannst mir nicht das Feuer reichen! Was ist die Arche dafür? Hast du mich auf der Brücke zurückgelassen, hast Batman? Habe keine Angst, Batman! Umarme den Schmerz! Ich verbrenne dich zu Asche! Zische und brenne! Wenn ich fertig bin, bist du nur noch Asche! Bekämpfe dieses Feuer! Diesmal löscht du mein Lodern nicht aus! Diesmal wird es anders ausgehen! Bekämpfe dieses Feuer, die da einmal ausgestattet sind! Was ist das? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Firefly zuschlägt. Der Rauch wird mich direkt zu ihm führen. Ich zähle jetzt runter bis 1. Und dann wird's ungemütlich. Ich rede! Ich rede ja schon! Das war sehr aufschlussreich. Er glaubt, sein Auto wäre unzerstörbar. Beweisen wir ihm das Gegenteil. Ist es das, was ich glaube? Es ist Batman! Keep going! Das war's für mich. Das ist vorbei, Firefly. Niemals! Gotham wird brennen und du mit ihm! Gotham wird brennen! Und du mit ihm! Ich lasse deine Haut knistern und brennen! Ist dein Kostüm feuerfest? Du zu widme! Immer mir nach! Diesmal löscht du mein Loder nicht aus! Feuer ist rein, Batman! Schmerz reinigt! Du wirst lebendig verbrennen! Ich verbrenn dich zu Asche! Du gehörst mir! Ja! 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 Nein! 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 Ich muss... ...rennen! Nein! 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 Mach mit dir, Linz! Ich versalte Kaffee abrennen! Ja! Den wollte ich schon eine ganze Weile in meiner Sammlung aufnehmen. Mach weiter so da draußen, Batman! Die Fledermaus-Kreatur hat eine spezielle Echo-Ordungssignatur. Wenn ich genau darauf achte, kann ich sie verfolgen und zur Strecke bringen. Oh, Hallöchen, Bruce Wayne. Haha, netter Versuch. Aber dachtest du wirklich, dass ich, der Riddler, auf so eine unglaubhafte Charade einfallen würde? Erwartest du von mir zu glauben, dass ich wieder und wieder und immer wieder von einem verwirrten Privatier besiegt wurde? Ich glaube es nicht. Ich kann es nicht hinnehmen. Es stirbt nicht. Also, Backpack, wo waren wir? Oh! 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 Kein Geld, keine Jobs mehr. Und kein Ausweg aus dieser verdammten Stadt, solange dieser Auftragsmörder den Abzug verzögert. Wir sind geliefert. Hast du diese Knarre schon gesehen? Wie haben sie besser als bezahlt? Wo warst du stationiert? Mir gar nicht. Ich habe die Unterstützung für die Panzerwagen geleitet. Hast du Batman gesehen? Nicht aus der Nähe. Ich kenne niemanden, der sowas getan hat und darüber sprechen kann. Glaubst du, er ist so gut wie alle sagen? Ich hoffe, wir werden das Licht herausfinden. Was haben wir dem los? Scarecrow's Gas. Manche Leute erholen sich einfach. Wir können das auf zwei Arten machen. Beide werden wehtun. Ich sag dir alles! Gut. Gut. Bericht zufolge ist komiziell im Nordsektor von Link Island. Angeblich ist sie wegen der Fledermaus zurück. Pfiff blow, doch mal kann ich! Vogelونme, TCP! Pfiff! Pfiff. Pfiff. Schöpfiff. Pfiff. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde ihn zum Lager verfolgen. Mach dich auf Widerstand gefasst, Dick. Der Pinguin wird seine Waffen nicht aufgeben wollen. Wer ist dann Robin? Hat Bruce Wayne ein Sohn oder sowas? Der Pinguin wird seine Waffen nicht aufgeben. Ich hoffe, Sie schicken die Nationalkarte. Wir machen sie alle. Ich habe meinem Land gedient und alles geopfert. Ich habe Freunde verloren. Denen hat das nichts bedeutet. Du weißt, dass wir eine Grenze überschritten haben. Die werden nicht zurück. Für das, was wir hier getan haben, werden sie uns nicht vergeben. Ich will ihre Vergebung nicht. Ich will, dass sie um ihr Leben flehen. Warte mal, wenn dieser Batman Bruce Wayne ist, wer hat dann die ganze Zeit Bruce Wayne gespielt? Ich habe eins dieser Fragezeichen-Spielchen gespielt, die sie hier haben. Ganz witzig. Hab sie aber nicht geknackt. Eine einmalige Chance, die Fledermaus aus dem Weg zu schaffen. Das wird in die Geschichte eingehen. Verdammt, was ist mit dem Scheißteil los? Ziel bewegt sich! Ich brauche Hilfe! Er ist jetzt da oben, aufpassen! Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber das ist doch nicht vorbei! Ich habe vorhin eine an die Wand gekettete Leiche gesehen. Diese Stadt ist im Gas besser dran. Das ist sondern wirklich DON pensar. Ich bin Lego grandma alt Volle Konzentration. Hier pennt keiner noch nur eine Sekunde. fonice Nest Boss Batman! Es ist Batman! Halt nach der Fledermaus-Ausschau. Ich will nicht wieder überrumpelt werden. Was sollen all diese grünen Fragezeichen überall? Ist das ein Standort des... ...Mustfestival oder was? Ganz schön prätenziös, wenn du mich fragst. Was ist mit dem Schallwerfer? Oh! Was? Oh! Hier lang, grad oben! Ist mir egal, wo du ihn bist! Ich werde dich einfach finden und dich grün und blau prügeln! Bisschen! 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 Geben wir ihm, was er will. Sehr wohl, Sir. Schön, dich wiederzusehen, Batman. Ist ne Weile her. Slade? Keine Angst. Aber unser gemeinsamer Freund, der Arkham Knight, der denkt anders. Er kam zu mir, sagte, ich wäre der zählste Bastard, gegen den du je gekämpft hast. Der Knight ist forts, Slade. Du bist ein Söldner ohne Job. Nicht ganz. Ich hab meine Bezahlung diesmal im Voraus bekommen, was mich als Profi verpflichtet, den Job abzuschließen. Sie haben einen Posten auf einem Dach in Kingston. Sie sind bewaffnet, aber Sie werden mich nicht kommen sehen. Ein Angriff aus dem Schatten heraus. Eine gute Strategie. Ich schwör's, ich hab ihn gesehen, wie er aus der Maul rannte. Aber er war nicht mehr der Knight, sondern ein Walk. Batman wird sich in dieser Stadt nicht bewegen können, oder dass wir es machen können. Das ist Batman! Batman wird sich in dieser Stadt nicht bewegen können, oder dass wir es machen können. Batman muss ich in dieser Stadt nicht mehr. Du bist im Ziel besser hier und jetzt! Batman erheutst du dich nicht mehr! Ich sage mal, dass du fertig bist! Daher planscht... ist da Mut. Ich muss den Kommandanten finden und diesen Kontrollpunkt ausschalten. Ruhegewalt hilft vielleicht gegen Amateure, Batman. Bist du bereit, es mit deinem Krieger aufzunehmen? Sie haben einen Posten auf einem Dach in Kingston. Sie sind bewaffnet, aber Sie werden sich nicht kommen sehen. Ein Angriff aus dem Schatten heraus. Eine gute Strategie. Die Techniker meint, irgendein genialer Hacker hätte Ihnen geholfen. Feierklar. Was ist los, Batman? Früher konntest du dich wehren. Was ist los, Batman? Was ist das? Was ist das? Wer hat diese Gebäude eigentlich ausgewählt? Für einen guten Ausblick sind wir ziemlich weit unten. Der Commander hat sie ausgesucht. Du kannst dich gern mit ihm anlegen, wenn du willst. Niemals. Wir können unser Ober-Taktik... Wir riskieren dann! Da drüben kommt schon! Batman! Batman! Er ist noch hier! Fuck! Ow! Ish! Das ist falsch! Das war's für heute. Du bist eine Ein-Mann-Truppe, Batman. Weißt du, was wir sind? Eine echte Armee! Gegenüber vom GCPD befindet sich ein Wachturm. Ich schalte ihn aus. Sehr wohl, Sir. Sich auf Ihren Terrain zu wagen, ist äußerst rübelhaft. Sie hat für den Joker gearbeitet. Echter Psycho. Der Führungsstab sagt, sie könnte eventuell aufkreuzen. Hey, ich kann das GCPD von hier sehen. Ein Scharfschützengewehr wäre toll. Warum auf ängstliche Cops schießen, wenn sie eh schon da drin festsitzen? Und falls er nicht... Wie kommt, wird das Geschütz ihn erledigen. Michael bleibt... Na, der Suchscheinwerfer ist hin. Da drin! Ich schneide euch den Schein. So hört das Ding. Ich habe dich ungeschwissen. Weg für die Waffe! Dich! Kaffee! Dich! Dich! Ich habe dich lasst. Dich! 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 Mit dir das? Dich! Sie, der Film ist ein Scharf. Dich! Dich! Wer hat das Geschütz ausgemacht? Verpasst mich nicht, Wayne! Du wirst gleich fluchen! Sieht dein Bestes! Stopp! Mein Ziel mal aus! Weg, Herr! Ich schneide ich jetzt! Du warst wütend, als wir uns kennenlernten, Batman. Jung, voller Zaun. Brennt das Feuer immer noch in dir? Neben dem Uhrenturm befindet sich ein Miliz-Checkpoint. Nicht mehr lange. Ich war einer von Scarecrow's Patienten, damals im Asylum. Ich bin froh, dass Batman ihn erwischt hat. Der ist sicher krankversorger. Alle, die Bruce Wayne kennen, befinden sich plötzlich in der Schusslinie. Ah, wie hat Gotham gerettet? Umfallerin. Ich habe keine Angst vor mir. So kann's mir nicht wehtun. Ja, schau! Wir haben keine Angst. Aufweich, das ist ein Übertrag. Es war eine lange Rivalität. Aber nur so konnte sie enden. Ich wusste, dass das keine gute Idee wäre. Es tut mir zurück. Auftragsmörder. Ich plan nostro. Untertitelung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zeichmann in Rolstadt, Wayne! Ich kann es sehen, Batman. Diese Männer rauben dir deine Kraft. Sie machen dich fertig. Und ich warte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein! Oh, 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 oh. Denk mich! Du kannst mich nicht aufhalten! Halte dich mir vom Leib! Ich bin unter Beschuss! Ich bin unter Beschuss! Einer weniger! Ich werde angegriffen! Wir sind auf euch allein gestellt! Schaltet ihn aus! Alle Begleiterheiten sind verstört! Ich hänge ihn ab! Die Milizien hat noch einen Lieutenant verloren. Gibt es einen Gotham-Moboter? Die Steuern haben sich nicht gesehen! Ich bin unter Schrauben! Ich bin alt! But es ist nicht zuvor! Du bist wie deshalb!